Im HJ-Heim etwas mit weißer und roter Farbe auf die Wand gemalt. Können Sie sich erinnern, was das war? Ich muss nachdenken. Das war eine Zeile aus einem Hitlerjugend-Liederbuch. Und die Zeile hieß, Freiheit ist das Feuer, ist der helle Schein, solange sie noch lodert, ist die Welt nicht klein. Und das hatten wir als Fries rundherum entlang der Wand des Zimmers gemalt, mit roter Farbe. Und das war der Punkt, der den Nazi-Führern übel aufgestoßen war, von dem sie eben geredet haben. Die hatten das kapiert, was wir uns dabei gedacht hatten. Was haben Sie dann mit Ihnen gemacht? Die haben mich rausgeschmissen, das war ganz gut. Vorher gab es aber auch noch einen Vorfall auf dem Ruderboot. Ja, das war unpolitisch. Da hatte ich einem Erwachsenen gegenüber eine freche Antwort gegeben. Ich wollte auf den Lokus und da fragte er, wo willst du denn hin? Und ich habe gesagt, zum Scheißen. Und das fand er unanständig, hat er recht gehabt. Aber das hatte mit den Nazis nichts zu tun. Aber ein echter Schmidt, diese Antwort, oder? Sie können sehen, er hat sich nie im Leben verbogen. Es heißt, sie seien angefeindet worden. Angefeindet worden an der Schule, weil sie zu chinesisch ausgesehen hätten. Angefeindet bin ich nie. Aber ja, festgestellt wurde. Wer hat das gesagt? Erzähl mal die Geschichte von der arischen Schädelform. Ja, natürlich musste in der Nazi-Zeit als Unterrichtsfach Rassenkunde sein. Wir sollten also Rassenkunde haben. Mindestens ein Schuljahr. Unser Klassenlehrer kam mit einer Art Schublehre und sagte, wir wollen heute Rassenkunde machen und wollen mal feststellen, wer in dieser Klasse den arischsten Schädel hat. Den nordischen. Den nordischen. Wir waren alle der Meinung, das musste ein bisschen der Schüler sein. Hafi. 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 Blond und blauäusig. Ja. Und groß gewachsen. Also, bei Hafi wurde erst mal gemessen. Hau den nicht ganz hin. Der Lehrer sagte, also westisch könnte man sagen. Dann wurde dieser gemessen und jener gemessen und es war schon beinahe die Dreiviertelstunde des Unterrichts vorbei. Da sagte unser Lehrer dann, jetzt messen wir mal bei Luki. Und siehe da, ich hatte den arischsten Schädel, den man sich vorstellen kann. Der Lehrer verkündete es und lachte. Es gab ein brülltes Gelächter und das war das Ende von der Rassenkunde in unserer Klasse für das ganze Schuljahr. Der Schulleiter, der als Nazi bei uns angefangen hat und den roten Sauster ausmissen wollte. Zindler. Zindler. Der hat, nachdem er mit Kollegen, die bei uns in der Klasse unterrichtet haben, sich ein bisschen genauer über die Luki Glaser informiert hat, in der Behörde gesagt, das wäre doch schade, wenn die nicht Abitur machte. Schulgeld kann sie nicht bezahlen. Und da bin ich auf der Schule geblieben. Unter einer Bedingung. Unter zwei Bedingungen. Kannst du nicht, hat er zu mir gesagt, deine Eltern bitten, dass du in den BDM eintrittst? Das war das eine. Und das zweite, kannst du nicht deine Haarfrisur ändern? Ich hatte nämlich solche Frisur und da habe ich mir dann einen stolzen Mittelcheid. Sollte die Frisur arischer aussehen? Ja, oder jedenfalls mehr Deutsch. Was haben denn Ihre Eltern, was hat Ihr Vater, der politisch eher Linkstand, gesagt, als Sie Mitglied des BDM wurden? Ich habe einen Familienrat veranstaltet. Meine Eltern haben mit uns drei Kindern gesessen und wir haben hin und her überlegt und sind zu dem Ergebnis gekommen, wenn sie auf der Schule bleiben kann, dann geht sie eben in BDM. 41, kommen Sie sich wieder näher. Ihr Mann war Soldat, Sie waren Lehrerin und versprechen sich etwas auf einer Parkbank in Berlin. Können Sie sich an diesen Moment erinnern? Ja, aber sicher nicht eine Parkbank. Heute klären wir es ein für alle Male. Es war eine Bank unter einer U-Bahn-Überführung. Die U-Bahn sowohl in Hamburg als auch in Berlin ist ja eine Untergrundbahn und eine Hochbahn. Je nachdem, wie es die Streckenführung gibt. Und am Neulendorfplatz in Berlin ist es eine Hochbahn und unter der Hochbahn ist ein Fußgängerweg und das dem Bänke. Und auf solcher Bank war das. Also keine besonders romantische Kulisse? Die Romantik haben wir diesem Ort selbst beigebracht. Das haben andere Leute nicht gesehen. Helmut musste nächsten oder übernächsten Tag nach Russland. Wenn er halt zurückkommt, wollten wir eigentlich die Zweisamkeit, die wir nun einige Tage genossen haben, fortsetzen und heiraten. Das Ganze spielt im Sommer 1941. Und wir waren beides erwachsene Leute und wussten infolgedessen beide, dass wir nicht wussten, ob wir den Krieg überleben würden. Und wir waren beides erwachsene Leute, die wir nicht wussten, ob wir den Krieg überleben würden. Und wir waren beides erwachsene Leute, die wir nicht wussten, ob wir den Krieg überleben würden. Wir waren beides erwachsene Leute, die wir nicht wussten, ob wir die Seele-Introkod stays где- 밟 sind. Aber ist das nicht ein Phänomen, dass dieses Lied nicht nur bei deutschen Soldaten, sondern auch bei ausländischen Soldaten ein Riesenerfolg war? Das ist doch ein Phänomen. Gab es denn irgendein Lied, was in dieser Zeit als Soldat Sie mehr bewegt hat als dieses? Nein, ich glaube, dieses Lied ist, wie Loki eben schon gesagt hat, international von ganz großer seelischer Bedeutung für Soldaten gewesen. Es ist auch sehr schmalzig, aber es wurde immer eingeleitet von diesem Trompetensignal. Ja. Deine Stimme kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abends rennt sie, doch nicht vergat sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, der wird bei der Laterne stehen, mit dir, die lieben Malin.